Der Führer der Deutschen Meisterschaft versucht das Feld von hinten aufzuwöhren. Ob ihm das gelingt, wissen wir in wenigen Minuten. Das ist dann alles neu, da kommt er an die Führung. Da hat er aber angezeigt. Das hat ein bisschen was auf der Strecke. Der Führer der Deutschen Meisterschaft. Der Führer der Deutschen Meisterschaft. Der Führer der Deutschen Meisterschaft. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018